Wer an der Börse erfolgreich sein möchte, der sollte sich an ein paar Regeln halten. Es gibt Dinge, die man befolgen und Dinge, die man unterlassen sollte. Also sogenannte Do's and Don'ts an der Börse. In diesem Video blicken wir zunächst auf die Dinge, die es zu tun gilt. Willkommen bei Einfach Börse. Tipp 1. Risikostreuen Man sollte nicht nur in Unternehmen aus einem Sektor oder einer Branche investieren. Sonst würde man ein unnötiges Risiko eingehen, das ja immer sein kann, dass ein Sektor eben mal nicht so gut läuft. Kursverluste aus einem Bereich können durch Gewinne in einem anderen Bereich aufgefangen werden. Ein Beispiel, wenn man grundsätzlich gerne und verstärkt in den Tech-Sektor investiert, dann kann man als Ergänzung dazu zum Beispiel auch auf Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche und Firmen aus der Industrie und beispielsweise auch der Telekommunikations- und Finanzbranche setzen. Die Zusammensetzung, die ist hier genauso individuell wie die Quote. Wer es spekulativer mag, kauft mehr Tech. Konservative Anleger setzen vorwiegend auf Unternehmen des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Lebensmittel- oder Hygieneartikel. Tipp 2. Seid offen für Neues Anleger sollten neue Entwicklungen im Auge behalten. Im Bereich Technologie, Lebensmittel, Kleidung, überall und permanent entstehen irgendwo innovative Trends und von diesen profitieren börsennotierte Unternehmen. Somit sollte man viel lesen. Tageszeitungen, Magazine, natürlich einfach Börse und der Aktionär, aber auch Finanzportale. Und es kann sich auch lohnen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Jetzt zum Beispiel in einem Aktienclub, einer Facebook-Gruppe oder auch einem Reddit-Board. Und auch außerhalb der Welt der Aktien gibt es immer wieder Spannendes und überaus Lukratives zu entdecken. Stichwort Kryptowährungen. Tipp 3. Auf die Alten hören Investorenlegenden wie Warren Buffett, Peter Lynch oder André Costolani, die haben ihr Leben lang Weisheiten von sich gegeben. Sie haben über Jahrzehnte hinweg viele Erfahrungen sammeln können und wussten, worauf es an der Börse ankommt. Deshalb kann es oftmals wirklich hilfreich sein, sich die Weisheiten und Sprüche dieser Legenden mal genau anzuschauen und sich nach ihnen zu orientieren. Blind vertrauen sollte man diesen zumeist Herren allerdings nicht. Auch ein Warren Buffett, der irrt sich mal oder ist nicht immer am Puls der Zeit, verschläft, so meine ich im Trend. In Apple hat er beispielsweise erst investiert, nachdem die Aktie zigtausend Prozent gestiegen war. Tipp 4. Seid zum richtigen Zeitpunkt gierig. Stellt euch vor, die Börse befindet sich gerade in einer absoluten Hosse-Phase und ihr seid nur mit 10 Prozent eures Kapitals investiert. Vielleicht, weil ihr auf einen Rücksetzer wartet, vielleicht kommt der Rücksetzer aber erstmal nicht und ihr verkauft, weil ihr dem Braten nicht traut? Was ich damit sagen will, manchmal sollte man nicht zu bescheiden sein, sondern sich was trauen. Gemäß dem Spruch, wenn es Gold regnet, dann sollte man nach einem Eimer greifen und nicht nach einem Fingerhut. Also nutzt den Trend, solange er euer Freund ist. Kauft niemals auf Kredit, aber investiert zum richtigen Zeitpunkt einen nennenswerten Betrag in Aktien. Tipp 5. Denkt langfristig. Ja, also manchmal kann man an der Börse auch schnelle Gewinne machen, aber grundsätzlich sollte man eher Geduld haben. Die Zeit, die ist ja auf eurer Seite. Wie sehr sich langfristiges Investieren auszahlen kann, das zeigt das Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts. Wer zum Beispiel 1995 in den DAX investiert hat, verbucht seitdem eine jährliche Rendite von 7,8%. Aus einer monatlichen Investitionssumme von 200 Euro, das wären insgesamt 78.000 Euro, wurden somit 242.458 Euro. Einen erstaunlichen Effekt, den gibt es auch, wenn man Dividenden reinvestiert. Beispiel der Aktienkurs der Deutschen Telekom. Der hat in den vergangenen 20 Jahren deutlich einen Wert verloren. Hätte man aber die Dividende immer wieder genutzt, um neue T-Aktien zu kaufen, dann würde hingegen ein deutlicher Gewinn im Depot stehen. Also, Risiko streuen, offen sein für Neues, auf die Alten hören, zum richtigen Zeitpunkt gierig sein und langfristig denken. Eigentlich doch ganz einfach. Im nächsten Video, da blicken wir dann auf die Don'ts, also auf das, was man lieber unterlassen sollte beim Anlegen. Also, bis dahin.